Januvakra Paschimottanasana, die Vorwärtsbeuge mit gebeugten Knien, spielt im Rücken-Yoga eine gewisse Rolle. Gerade wenn du Probleme in der Lendenwirbelsäule hast, kann es sein, dass es vorteilhaft ist, die Knie gebeugt zu halten und dabei Bauch und Brustkörper auf den Oberschenkel zu halten, wenn es geht. Wenn nötig, beuge sogar die Knie etwas stärker. Für viele Menschen ist das eine Vorwärtsbeuge, die sie gut halten können und die dabei die unteren Rückenmuskeln sich entspannen lässt und auch gut ist für die Bandscheiben. Manche Menschen ziehen es auch vor, um in die volle Vorwärtsbeuge zu kommen, erst die Knie zu beugen und Bauch und Brustkörper auf die Knie zu geben, dann die Hände um die Füße herum zu falten und dann schrittweise die Fersen weiter nach oben zu bringen und dabei probieren, Bauch und Brust auf den Oberschenkeln und Knien zu halten.